es ist meine liebe leute und herzlich willkommen sein der schrift klaren zu das nach sehr sehr lange zeit ihr wisst habe ich jetzt lange kennen wie das hochgeladen das jetzt zu verändern es werden aktiv videos kommen zu den klaren kriegen den klaren voliks der baarbeiter basis sowie den klaren spielen und die klaren spieler sind auch heute das thema klaren spiele beginnen auf jeden fall dieses beginn jetzt damit und vielleicht an also ankündigen dass der klaren spiel beginnen und dort versuche werden auch kommen zeit aktiv schreibt kommentare wird mich echt echt sehr freuen diese die gibt es hier jetzt gibt es hier und eigentlich wollte ich jetzt auch zu beginn auch ankündigen hier mein rathaus ist jetzt max außer die sammeln die es im neuen update rausgekommen sind ist wirklich alles jetzt max auch dass ich eine geile sache finde ich euch mit sneakspeaks versorgen und so weiter und wir werden auch in den nächsten folgen dann hier das raters upgraden andererseits wird auch eine klitz auch eine kleine wird es auch etwas geben eine serie die starten werde auf einem level 2 auf meinen zweiter krantes hier paar zwei welche versuchen wieder zu pushen haben wir tischen gehabt aber wenn das weiter auch machen dann hier muss sogar den portal account denn wenn wir hier frau 7 max und vielleicht auch noch ein paar sterne holen ja das habe ich mir so vorgestellt wir sagen wir können vielleicht sogar eine aufgabe hier annehmen und schauen wir mal weiter welche das ist das heißt hier ich würde eher die elixieraufgaben starten hier hat noch leider angefangen hier wer falls auf jeden fall einen clan sucht könnte sehr sehr gerne in meinen clan hier rein scheinen ist nicht ganz aktiv aber wir werden das auf jeden fall schaffen dass wir hier aktiver werden das war das kurze ankündigungsvideo wenn ihr vorschläge habt was wir weiter im video machen sollen schreibt es in kommentare zum nächsten video wieder schauen reingehauen reingehauen